30.07.2019, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Es ist jetzt 14.43 Uhr, die Facecam ist heute schwarz-weiß, aus dem Grund, da die Bitcoin-Volatilität am Sterbett liegt und ich dem Ganzen einfach Tribut zollen wollte, dachte ich mir, das wäre der passende Anlass dafür. Ich war dennoch motiviert heute, Content zu bringen, da die Resonanz im letzten Video sehr, sehr positiv war und die Kommentare mich einfach wieder gefreut haben und mich motiviert haben, wieder Videos zu machen und ja, in der Hinsicht, wenn ihr mir irgendwie helfen wollt, schreibt Kommentare, Kommentare pushen den Algorithmus und ihr könnt euch vorstellen, wenn man sich hinsetzt, Content produziert, ist einfach, man freut sich einfach viel mehr, wenn man eine größere Reichweite hat, also das ist, glaube ich, ganz logisch für jeden und das ist auch der Grund, warum viele YouTuber so Verlosungen machen, was auch nicht verwerflich ist, also das kann jeder machen, das pusht nämlich den Algorithmus mit den Kommentaren. Also, wenn ihr was schreiben wollt, wenn ihr was fragen wollt, wenn ihr einfach nett sein wollt, dann schreibt einfach was in die Kommentare. Und kurz hier nochmal als Einleitung, wo will ich denn jetzt eher hin mit diesem Kanal, welche Nische will ich dann eher? Ja, ich will das Ganze einfach so professionell wie möglich halten. Es gibt auf YouTube wirklich sehr, sehr viel Bullshit-Content, gerade was Trading betrifft und sehr, sehr viele Praktiken, die gezeigt werden, die absolut keinen Sinn mehr machen und davon will ich eben weg. Ich weiß, ich kann den Leuten mit dem, was ich mache, einen Mehrwert bieten. Ich weiß, ich habe so viel Screen-Time jeden Tag, dass ich einfach gewisse Sachen besser weiß als andere und gleichzeitig nicht von mir sage, dass ich die oberste Instanz schlechthin bin. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Ich mache selber extrem viel Fehler und ich will den Kanal eher so aus meinem eigenen Progress sehen, eigenen Journal, wo man dann sagt, okay, wie verbessert man sich, wie hat man den Markt da gesehen, wie hat man den Markt da gesehen und das Ganze dann auch mit der Audienz teilen, um nebenbei auch anderen zu helfen, Reichweite zu generieren und halt sich selber ein wenig bekannter zu machen, aber gleichzeitig auch mit dem Fakt, Mehrwert zu bieten. Keinen Bullshit-Content bringen. Das Ganze ist professionell. Es sind hier keine Gambler oder keine Kiddies, die irgendwie 300 Dollar hier reinstecken und dann irgendwie X100 machen bei Bitmax und dann sagen, oh, Bitmax ist Scam. Also wenn ihr euch in dieser Nische eingeordnet seht, was ich sowieso nicht glaube, dann ist der Kanal falsch. Ich will wirklich in die Nische gehen, wo man sagt, okay, wie schreibt man seine Journals? Wie schreibt man sein Morning-Journal? Wie schreibt man am Abend sein Journals? Was sollte man unter dem Tag locken? Wie gestaltet man sein Risikomanagement? Welches Risiko sollte man nehmen? Wann ist die Zeit, größere Positionsgrößen aufzubauen? Wie kann man in einen String-Trade gehen? Wie kann man in einen Stop-Trade? Wie findet man die besten Setups in Bezug auf Risk-to-Reward? Wie kann man die niedrigen Timeframes dabei nutzen? Das sind alles so Sachen, die ich jeden Tag verbessere und jeden Tag lerne, wo ich einfach sage, das ist das Zeug eigentlich, was auf YouTube sein sollte und nicht irgendwie so Analyse mit Trendlinien. Und man sagt, okay, wir haben hier eine Channel. Laut dieser Analyse geht Bitcoin auf 100.000 nächstes Jahr. Das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Und das ist halt so der Hauptgrund, warum eigentlich so das Trading eigentlich so ziemlich belächelt wird, weil die meisten Leute halt wirklich das Ganze wie so ein Gamble sehen. So, ja, Trendlinie, okay, die Trendlinie wird halten, okay, es geht nach oben. Das ist Bullshit. Absoluter Bullshit. Das ist wirklich das größte Edge, was ihr haben könnt, ist einfach im Risikomanagement, in euren Emotionen und indem ihr Setups definiert, die wirklich für euch funktionieren. Ja, das heißt, ihr müsst backtesten, backtesten, backtesten. Ihr müsst preisverhalten, screenshoten. Ihr müsst euch hinschreiben, warum hat das funktioniert, was hat funktioniert, wo war der Stop, warum war der Stop hier, warum ist der Markt ausgebrochen und über diese große Sample Size wird es euch möglich sein, wenn ihr euer Risiko managt und eure Emotionen unter Kontrolle haltet, langfristig wirklich professionell Erfolg zu haben. Es ist einfach nur ein Zahlenspiel. Wenn ihr euer Setup wisst und wenn ihr wisst, okay, wenn der Markt das macht, kann ich einsteigen und ich bekomme im Regelfall eine Risk-Reward-Ratio von 3 zu 1 raus, meine Strike-Credit liegt bei 50%, dann wisst ihr einfach, ihr seid profitabel. Es ist egal, wenn ihr jeden zweiten Call falsch habt, da einfach die Statistik langfristig auf eurer Seite ist, solange ihr euch in eurem Edge bewegt. Das ist auch immer so ein Ding, was mich auf YouTube immer gestört hat oder sehr gestört hat. Wo ich früher auch mehr TA-Videos gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe davon aus, dass wir jetzt auf 11.000 gehen oder ich gehe davon aus, dass wir auf 8.000 gehen. Dann immer die Trolls, die dann immer so schreiben, so, ja, du Vollidiot, da sieht man wieder mal, dass TA keine Basis hat, das macht absolut keinen Sinn. The fuck. Also, natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass die Prognosen, die rausgegeben werden, falsch sind. Das ist komplett logisch. Also, ich habe eine Strike-Rate von 58, 60%, aber wichtig ist, welches Risk-to-Reward-Verhältnis ihr habt auf diesen Calls. Ich kenne niemanden, ich kenne wirklich keinen guten Trader, der eine Strike-Rate über 70% hat. Ich kenne viele Leute, die eine Strike-Rate im Bereich 80 bis 90% haben, aber die machen effektiv weniger Profit als dieses Trader mit 50% Strike-Rate, weil einfach ihr Risk-to-Reward-Verhältnis dermaßen beschissen ist, dass sie einfach immer nur in diese kleinen Trades reingehen, zwar dann relativ oft Recht haben, aber nicht mehr Profit haben, als wie derjenige, der jedes zweite Mal falsch ist. Ja, das ist auch so ein elementares Konzept, dass so wenig Leute verstehen und was mich immer so dermaßen aufregt, wo ich, da hatte ich auch immer wenig Lust, Videos zu machen, weil immer so, du sagst was, dann bist du danach dafür getrollt. Und ja, das ist einfach nicht so, die Leute, die da nicht wirklich die Grundkenntnisse hinter dieser Marktanalyse verstehen. Und ja, das ist einmal so der generelle Ausblick. Ihr könnt mir auch wieder wirklich gerne schreiben, was ihr denn am meisten sehen wollt. Ich kann das immer relativ schwer einschätzen, aber ich weiß im Regelfall, dass die Leute so die langweiligeren Themen, die extrem wichtig sind, eher weniger sehen wollen, wie zum Beispiel effektives Risikomanagement, effektives Journaling und lieber die einfachen Prognosen eher sehen wollen. Aber mich würde es trotzdem mal interessieren, wo denn eher der Fokus liegen sollte, wo ich auch schon oft die Nachfrage bekommen habe, ist eben meine Setups zu zeigen, meine Trades zu zeigen. Ich habe deswegen auch vor kurzem einen neuen für den Kanal einfach aufgesetzten BitMEX-Account gemacht. Die Frage war immer so mit Live-Trading. Live-Trading bin ich ehrlich gesagt nicht so der riesen Fan davon, weil ich dann das eben live im Stream machen müsste. Das heißt, ich müsste davor sitzen. Das heißt, wenn ich jetzt mit wem anderen rede, müsste ich mich muten. Ich wäre dauernd mit meinem Desktop online, was ich jetzt nicht so nice finde und was ich auch überhaupt nicht gut finde daran ist, dass Leute dann die Positionen stumpf nachtraden würden, was keinen Sinn macht, obwohl ich mir auch nicht wirklich sicher bin, ob ich das darf. Deswegen wird der Account eher offline geführt werden, aber ich werde versuchen, auch wenn ich das eigentlich schon machen wollte, aber ich war bis jetzt immer zu faul dafür, weil man in dem Prozess halt war, im Trading gerade selber und dann das Ganze nicht so hinbekommen hat. Ich werde versuchen, das Ganze so zu handhaben, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich in ein Setup gehe, die Cam anschalte, also die Screen Capture und dann halt sage, okay, das hier hört so und so aus, deswegen mache ich das und das, deswegen mache ich das und das und dann kann ich hier jeden einzelnen Schritt kommentieren. Das sind jetzt die letzten 14 Tage circa, ist absolut nichts Besonderes. Es ist auch ein ziemlicher Test-Account, ein ziemlicher High-Risk-Account. Ich gehe auf dem Account ein ziemlich, ziemlich großes Positionsrisiko ein. Man sieht es auch hier ganz schön nach diesen zwei grünen Tagen, wo ich hier ziemlich guten Profit gemacht habe, am nächsten Tag das, was total, wirklich total schlecht getradet war. Also da habe ich das Geld einfach aus dem Fenster geschmissen, weil ich einfach die Size nicht angepasst habe. Ich war in dem Moment wieder ein klassischer psychologischer Fehler, wo ich auch gesagt habe, ich mache extrem viele Fehler noch, klassischer psychologischer Fehler, dass man einfach so von sich selber überzeugt war, dass man in diesem Moment einfach die Positionsgröße so überzogen hat oder noch dazu den Stopp viel zu weit angesetzt hat und dann kommt eben sowas raus. Dieses Setup war ganz gut, es war der Short am Freitagabend, wo dann nochmal der Bad drüber ging, aber im Endeffekt der Markt gedampft ist. Das heißt, ohne Stop-Loss wäre ich ein Profit gewesen, aber natürlich kann man das nicht wissen. Was ich dann ganz gut gefunden habe, war der Rebound. Normalerweise, also wenn man dann wirklich solche zwei richtig depperten Tage hat einfach, weil es einfach schenkt das Kapital, ist aber oft die Gefahr gegeben, dass man danach wirklich komplett nach unten abbaut, weil man einfach nicht mehr nach seinem Edge tradet, sondern einfach irgendwie emotional tradet oder versucht, das Ganze zurückzumachen. Das ist mir dann Gott sei Dank nicht passiert. Zwei Tage auf meinen Edge vertraut und ja, habe jetzt hier diesen Account genannt. Es ist wirklich nichts Besonderes, aber man muss auch dazu sagen, dass es eben jetzt während der Phase ist, wo wir wirklich, wo die meisten, glaube ich, wirklich sich sehr schwer tun zu traden. Es war jetzt während diesem Job und wenn man sich bedenkt, dass es während diesem Job war, das Einzige, was halt wirklich gut zu traden gewesen wäre, wäre diese große Downtrend, wo ich leider nur einmal reingekommen bin und dann zweimal ausgestoppt worden bin. Das habe ich hier auf Twitter gepostet, weil mich einfach, ja, jetzt hindsight, ist natürlich, sieht man es natürlich besser, aber diese Spikes, zum Beispiel wie dieses Spike hier, ich war hier schon short, habe einen Stop getrillt, dann dieses Spike nach oben, Stop out, hier war ich genauso schon short und wurde dann nochmal ausgestoppt, weil ich den Stop einfach falsch gesetzt habe, basierend auf der höheren Timeframe-Struktur. Aber das wären dann eben genauso Sachen, die man hier auf dem Kanal ansprechen könnte und die ich auch bringen möchte. Und ihr müsst auch ehrlich sagen, wie viele Leute, es gibt einen Trader im deutschsprachigen Raum, der sich als die oberste Instanz sieht, der Chat-Analyser, und der auch immer ziemlich abwertet und über andere Trader spricht, wie viele von denen zeigen zum Beispiel live ihre Accounts? Wer macht das? Kennt ihr irgendeinen? Also der wirklich live euch mal Updates zeigt, Setups zeigt? Ich finde es einfach, es gibt Leute, die verkaufen Seminare und große Signalgruppen und haben aber keinen Track-Record. Und das ist die größte Red Flag, die ihr haben könnt. Wenn ihr einen Trader seht, der sich als die oberste Instanz sieht und der am besten noch wirklich extrem simple Konzepte in seinen YouTube-Analysen macht, aber sich trotzdem einfach so überintellektuell sieht und sehr, sehr teure Seminare verkauft, aber keinen einzigen Live-Trade irgendwie mal vorgestellt hat oder irgendwie einen Track-Record hat, dann ist er einfach nicht fähig, Seminare zu halten. Also das ist ganz simpel. Wenn du Seminare verkaufst um 1.000, 2.000 Euro, dann musst du auch einen Track-Record haben. Ansonsten gehe ich davon aus, dass du ein Scammer bist und kein Trader. Ja, das ist ganz simpel. Und ja, das wäre es jetzt mal von diesem Standpunkt. Wir schauen uns gerade noch ganz, ganz kurz den Chart an. Es ist heute eh nicht so viel zu kommentieren. Und hier gerade gleich noch ein sehr interessanter Chart, eine Korrelation zwischen Gold und Bitcoin. Ich habe das Ganze gerade auch auf Twitter gepostet. Das heißt, die Chart-Analyse, die ihr jetzt nach diesem Teil sehen werdet, die wurde eigentlich vorher aufgenommen, tut auch nichts zur Sache. Ich wollte es nur nochmal der Richtigkeit halber sagen. Die Korrelation, die war wirklich interessant zu beobachten, da wir wirklich ziemlich die gleichen Bewegungen hatten. Wir hatten diesen verdammt großen Anstieg im Goldmarkt. Zeitgleich mit der Erholung des Bitcoins. Also die Rally sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Dann der Abverkauf in Gold gepaart mit dem Abverkauf in Bitcoin. Rally in Gold. Hier Rally Bitcoin. Abverkauf Gold. Hier ist es dann ein wenig, ja, Korrelation natürlich nicht mehr so perfekt. Ist natürlich auch nur eine Korrelation. Ist nicht perfekt positiv oder perfekt negativ korreliert. Das heißt, ist natürlich ganz normal, dass nicht jeder Move genau gleich im anderen Markt ist. Weil das wäre dann ja eine perfekt positive Korrelation. Hier aber dann wieder ganz interessant zu sehen, dass Gold auch wieder hier so eine Art Leading Indicator ist. Beziehungsweise hier Bitcoin. Dieser Fall in Gold. Hier dieser große Fall. Hier ein Fall. Dann wieder hier die Erholung in Gold. Zeigt gleich die Erholung in Bitcoin. Und jetzt haben wir eben diese Divergenz, die man schon so länger nicht mehr gesehen hat. Das ist eine einneutige Divergenz. Ich schaue es mir an. Ich trade nicht danach. Es ist bis jetzt nur ein Meme. Weil man aufgrund dieses Charts natürlich jetzt nicht sagen kann, dass wir hier eine wirklich begründete Korrelation haben. Ich finde es nur ganz interessant, weil es heuer im Jahr ganz gut geklappt hat. Und deswegen wollte ich es kurz mit reinbringen ins Video. Und den Chart, den ihr jetzt auch hier im Hintergrund seht, das ist der Volatilitätsindex von BitMEX. Der sieht natürlich, wenn man den jetzt so offen hat, nicht so übersichtlich aus. Es ist so ähnlich wie der WIX. Also im Equity-Bereich, im Aktienmarkt gibt es ja den WIX. Und das ist so ziemlich das Äquivalente im Kryptobereich. Und dem Volatilitätsindex kann man auch ein wenig voraussagen, okay, wie sehen wir von der Volatilität her aus. Das heißt, zum Beispiel hier hat man immer ganz gut gesehen, sobald wir in diesem Bereich länger unten waren, hat man des Öfteren nach kürzeren Konzentrationsphasen einen großen Spike an Volatilität gesehen. Wir kommen hier wieder zurück. Wir haben hier wieder diesen Seitwärts-Drop, wie man so schön sagt, diese Seitwärts-Range. In dem Fall waren es 33 Tage, bevor die nächste größere Volatilität kam. Hier sind es auch wieder 33 Tage und momentan sind wir ziemlich an der Grenze dieser 33 ruhigen Tage, bevor dann sehr, sehr oft schon ein Spike gekommen ist. Das heißt, momentan ist für mich so die Ruhe vor dem Sturm. Schauen wir uns das Ganze auch am Bitcoin-Chart selber an. Und hier bin ich wirklich momentan so, dass ich hier absolut nichts machen will. Ich war zwar generell bearish, aber bin eigentlich auch bearish, dass wir diese Low-System-Mark nehmen und hier dann hoffentlich den nächsten Bounce sehen werden. Einfach aus dem Grund, weil das ist mir einfach zu suspekt, dass wir genau von diesen Low-System-Bounce, was ich im Regelfall sehen will bei einer Bohnstruktur, ist, dass wir im Regelfall nochmal das Low ganz gut aus dem Markt nehmen. Das ist dann für mich so das Zeichen, dass die Market-Maker den Markt drehen wollen, dann der Close darüber. Und wenn wir dann den Close darüber haben, dann bin ich im Regelfall jemand, der von hier aus long geht. So ist mir das Ganze ziemlich suspekt, auch unter Anbetracht dessen, dass wir eben hier diese Range geformt haben, die wir bis jetzt nicht mehr wieder getestet haben. Jetzt habe ich mich gerade verklickt. Und genauso am Weekly-Chart. Weekly-Chart ist für mich auch so eine Sache. Wir sind zwar immer noch auf diesem Support. Die Frage ist jetzt halt nur, wie oft kann ein Support getestet werden, bevor der Support bricht. Das heißt, dass wir das Ganze hier ansehen, diese Zone, die von hier kommt. Das kann man jetzt natürlich hier nicht 1 zu 1 auf ein gewisses Preislevel sagen. Aber ihr seht ganz gut, dass von hier Support und Resistance kommt. Das sieht man einfach aus dem Grund, dass wir das erste Mal hier reinkommen auf dieses 9100-Level. Wir ziehen hier hoch, gehen dann drunter, kommen nochmal drüber, haben das nächste Mal Support, haben zwei Wochen Support, haben drei Wochen Support. In der vierten Woche schließen wir drunter, in der nächsten Woche kommen wir wieder hoch und werden von hier abverkauft. Das heißt, das 9100-Level bis 9300, 9600 ist dieses Level am Weekly-Chart, wo jetzt gerade dieser Kampf stattfindet. Wir haben es jetzt einmal getestet, wir haben es ein zweites Mal getestet, wir haben es ein drittes Mal getestet. Und wir haben es nicht geschafft, uns wirklich stark davon wegzubewegen. Deswegen bin ich hier ziemlich vorsichtig. Die Frage ist jetzt, wie man sich in dieser Range positionieren soll. Und ich habe für mich entschieden, dass ich hier jetzt erstmal nichts mache. Ich habe gestern zweimal versucht, den Markt hier zu shorten. Ich habe es auch zweimal, im ersten Mal halbwegs erfolgreich geschafft. Im zweiten Mal hat es mich dann schon ziemlich abgefuckt. Weil einfach, ich glaube, im zweiten Mal, genau, im zweiten Mal war es dann hier, im zweiten Mal war das Setup wie folgt. Wir haben hier diese Range, 15-Minuten-Chart. Wir haben 1, 2, 3, 4 Tests dieser Range. Hier der fünfte Test. Wir gehen hier drüber, finden hier Support. Schließen wir drunter der Range. Das ist für mich das Zeichen, dass wir diesen Markt tiefer sehen wollen. Ich habe hier meinen kleinen Short geöffnet, bei diesem Retest. Der Markt zieht auch drunter. Also ich war dann bis hier unten. Knapp 2% im Profit. Aber sobald wir wieder diesen Liquiditätspool erreichen, sehen wir wieder diese sehr unnatürliche Reaktion. Auch hier, ich glaube, 3 Minuten-Chart ist das jetzt hier. Also wenn ihr sowas seht, dann misst ihr einfach, das ist nicht die Range, wo ihr wirklich trainen wollt, wo ihr einen Edge habt. Weil hier ist es wirklich ziemlich random, muss ich sagen. Also ich traue mich, mich nicht wirklich hier zu positionieren. Weil, wie ihr seht, hier die Range wurde gehalten. Hier wurde sie gebrochen. Hier wurde wieder drunter gegangen. Dieser Support halt ganz gut. Hier gehen wir wieder drüber. Klosern dann direkt wieder drunter. Und jetzt sehen wir das hier. Also dauernder Kampf um diese Range. Kein guter Platz, um wirklich eine Trade irgendwie hier zu sehen oder anzubringen. 4-Stunden-Chart sieht auch sehr, sehr gefährlich noch aus, auf dieses Load zu rennen. Wir closen immer noch hier drunter. Und hier ist halt auch wieder die Frage, wie lang hauen wir in dieses Level, bevor wir es brechen. Ja, wir haben hier einen Touch, zwei Touch, dritter Touch, 20er EMA, vierter Touch, 20er EMA, fünfter Touch, 20er EMA. Ja. Fünfmal drehen gehauen, nie wirklich abverkauft. Positioniert euch. Ich schaffe es hier nicht. Das gleiche ist, wir haben hier diesen Bart. Ich habe es schon oft erklärt, diese ineffizienten, schnellen Moose werden sehr gerne nach oben ausgefüllt. Das heißt, mich würde es auch nicht wundern, wenn wir hier einen kurzen Bart nach oben sehen. Eventuell sogar, dass wir diese Heist rausnehmen. Und dann nochmal drunter schließen. Und dann ready sind für die Lows, die wir dann von hier nehmen werden. Bis jetzt habe ich kein Setup. Ich könnte mich hier positionieren. Ich finde, kein gutes Risk-to-reward-Verhältnis, wenn wir uns ehrlich sind. Weil, wenn ihr diese Range wirklich trainen wolltet, müsstet ihr eigentlich den Stopp irgendwie so setzen. Und das High so setzen. Das wäre ein Setup. Es wären jetzt 1,4 R. Ob euer System das zulässt, das müsst ihr selber wissen. Für mich macht es keinen Sinn. Auch aus dem Grund nicht, da wir diese sehr starken Reaktionen haben. Das ist auch sehr, sehr oft mit einhergehend mit sehr viel Slip-Batch. Das heißt, es geht sehr, sehr viel Order durch und euer Stopp wird sehr, sehr weit nach außen gezogen. Das kann passieren. Das kann durchaus passieren, wenn es sehr hohe Volatilität ist. Und das ist auch ein Mitgrund, warum ich mich hier nicht positionieren wollen würde. Weil einfach auch der Stopp dann wahrscheinlich in die Weiter gezogen werden würde. So. Ja. Schlusswort. Ich gehe davon aus, dass wir Volatilität sehen werden. Ich positioniere mich derzeit nicht. Ich hoffe, wir sehen heute Nacht, es fängt langsam das Volatilitätsfenster an. Es ist jetzt schon 16.14. Ich hoffe, wir sehen endlich einen Bruch in die eine oder andere Richtung. Der Volatilitätsindex würde, laut dem Volatilitätsindex, würden die Zeichen dafür gut stehen. Ich hoffe, danach haben wir eine klare Richtung. Und ich kann euch ein besseres Update geben, vielleicht morgen schon oder übermorgen. Und ich würde sagen, bis dahin. Wir sehen uns. Join auf Telegram. Folgt mir auf Twitter. Euer Chris. Ich bin auf Telegram.